Hi und herzlich willkommen zurück bei mir, Kuhmann Let's Plays. Lass uns Wege bauen. Nehmen wir den mal weg hier, den Stein. So. 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 Hier kann man dann vielleicht irgendwo gemütliche Bank machen, damit die Leute hier, ja, zwischen den Baumstuhlen sitzen können. Immer diese Fackelei hier. Alles gut? Alles gut? So. Dann hier geht's wieder rüber. Auf der Mitte sieht dann schön natürlich aus. Das ist geil. Das passt. Das kann hier dann einfach noch ein paar Bäume wegnehmen, dann hätten wir mehr Platz für die Baumschule noch. Dann wird man nicht so schwer, das ist teure. Und dann ist der Weg schön geschwungen bis hin. Na komm, das machen wir rückgängig hier. Und dann ist das, was die Baumschule. So. Dann geht's. Dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Dann geht's. Gefällt mir. Ah, ist okay. Kann man machen. Das geht an Zorro. Nehmen wir das weg. Nehmen wir das weg. Ja, das kommt richtig schön hier. Dann wäre man diese hier wieder rausschlagen müssen. Mit dem Gras sah es gut aus, aber so ist das nichts. Gar nicht schlecht. Was machen wir mit dem See? Lassen wir den. Lassen wir das weg. Jetzt habe ich noch eine. Dann habe ich noch die Diaschaufel. Das ist nicht schlecht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, aber das wird groß hier. Ich sage es dir. Vielleicht müssen wir das Ganze ein bisschen kleiner machen. Oder halt dann hier wirklich noch in die Richtung gehen. Oder man hat halt dann einfach nur anstatt sechs, sieben, acht Bäume pro Baumart. Da haben wir halt nur vier oder so die Hälfte. Dann braucht man nicht so viel Platz. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir gucken. Aber sonst ist es schon schön so. Aber sonst ist es schon schön so. Ab ins Bett hier. Gut. Das ist der Weg dann hier so nach hinten. Das ist der Weg dann hier so. 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 Das ist der Weg dann hier so. Und dann hier so übergehen in den Weg am Ufer. Gut. Ich hoffe, die werden irgendwann hier mal noch grün. Ich mache das jetzt mal so. Ich mache das jetzt mal so. Ich hoffe, dass wir da halt dann irgendwas blanken oder irgendwie so einen Baumstamm einbauen. Und hier wieder zum Ufer. Das ist super. saw. War. Ich mache das jetzt mal so. Oh. Ich mache das jetzt mal hier. Die Draht. Ich mache das jetzt mal dann. dann geht es hier wieder rüber hier können wir den uferweg weiter ziehen hier oben hätten wir eigentlich schon platz für zwei verschiedene bäume ja ich muss das dann mal ein bisschen ausprobieren aber erst müssen wir die mauern machen so ja ich denke so machen wir weiter und jetzt habe ich noch gravel hier ich glaube das ist das einzige was ich jetzt nicht aktiv dabei haben was hier mal ein bisschen dirt mitnehmen damit wir zu hause mal von diesem speziellen dreck machen können mit dem stein drin und jetzt muss ich mal sagen mache ich mal pause und die mal meine nase dämpfen auch 30 kommst du uns nur an der sieht hatte ich nicht noch koppelstern irgendwo im lager ne ok ja das wird das nächste habe ich hinten noch warte mal kurz ja äh gravel meine ich nicht koppelstern entschuldigung sieht schlecht aus naja nehmen wir hin nehmen wir hin ein paar essen nicht vergessen so gore's dirt ist das demnach machen dem verteilen wir ein bisschen hier und da hier und da gut naja den hätte ich jetzt lassen können ja hier fehlt noch was gut schon wieder nacht oder es wird dunkel langsam hier oben natürlich auch den einen oder anderen und dann würde ich sagen schlafen wir kurz wenn es uns lässt und dann würde ich sagen mache ich fertig für heute und ja wir sehen uns in der nächsten folge wenn wir hier mal ein bisschen mit cobblestone das ganze versuchen ja auszubuddeln na dann meine lieben bis dann tschüss bis dann bis dann bis dann